Servus Leute, was geht? Erweiterung der Vlog Hier mit Bodi, Habi Jim, genieß Ja, wie haben wir denn da? Ja, hallo, wir haben noch gesehen Hallo Hier ist Bobi Gute Nacht Und hier wird entspannt 35 Grad Geil Geil Ah, man, wir wollen surfen Geil Jetzt habe ich Airball und bei Sexy von 12 Dippido weg Vom surfen Erstmal eine Dusche geworden, richtig Richtig, richtig Ich sage euch, ein Spartipp von mir jetzt Wenn ihr Australien seid oder generell hier Das ist der Game Trainer About Networks Kids Wichtig Fruit Blast Kostet viel Ich glaube die Hälfte Vom normalen Schrank Einfach Hälfte günstiger Geht chill Selbe Wirkung So wird sich der Porsche finanziert Liebe Freunde Es wird Essen gemacht Ich zeige euch erst mal die Kartoffeln Schneebild Und das ist schon fertig Aber ich weiß es nicht Guck Ich meine nicht, ich höre ich gar nicht Schnee, glaube ich Schick 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 Und das ist fertig Gemast Nä Mo Wilde View Jetzt darf ich erst mal wieder bei meiner Qu эdic-Karte anrufen Weil es einfach Versager sind Kick Und damit ein wunderschön guten Morgen Das ist jetzt 9 Uhr in der Früh. Heute sind es keine 27 Grad zum Glück. Nur 26 Grad. Geh chill. Kann man sich nicht beschweren, weil ihr habt Minusgrade Cousins. Wisst ihr deswegen? Schwer. Und ja, jetzt sehen wir uns beim Schaffer. Jetzt zeige ich euch, was wir hier mal total gemacht haben. Hier haben wir einen Weg betoniert. Ich hoffe, der ist trocken. Aber ich denke schon, ich bin mir nicht sicher. Ja, der müsste trocken sein. Und dann machen wir heute dies fertig mit Moschee. Wir sind hier Bostela. Ja, jetzt zuften. Ich bin ... 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 Und dann ... Ich bin ... Jetzt geht es erstmal ... Zelt zappen ... Wir werden rumfahren, geil. Tschüss ... Ich bin ... Ich bin ... Ich bin ... Ich bin ... Ja, Mann ... Schatten fertig. Morgen wird der zweite Teil ... Zement gemacht. Jetzt wird erstmal geduscht ... Und dann gefodert. Es gibt Nachos. Das war der Dessert, und das war der Nachos. Wir sind fertig mit Luschen, mit einem allen guten Ketchup, Bruder. Mieter. Jetzt geht's ab zu den Nachos. Bussi, Bussi. Morgen geht's zum Beach. Das seht ihr dann am Sonntag. Was ist das? Ich will auch nicht essen. Tasten? Schwer. Tränder. Jetzt sind fertig gefooted. Das war's von diesem wunderschönen Vlog. Lass gerne ein Like da, Abo. Wir sind Road to 200 Subs. Lass gerne ein kostenloses Abo da. Like. Bussi, Pies.